Es geht nicht um Arbeit, die Leute wollen ja Ruhe, du stößt, du stößt, das hört dir vielleicht nicht ab, weil du stößt, interessiert für dich. Wenn du besoffen bist, schaust du dich über den Spiegel an, beleidigst du dich über den Spiegel an, wenn du trinkst, schaust du dich über den Spiegel an, ja, du schaust dich an, beleidigst du dich selber, tust du dich selber beleidigen, beim Spiegel, nach dem Alkohol. Halt, beleidigst du dich selber, von dem Alkohol, vom Spiegel, machst du es? Halt, beleidigst du dich über den Spiegel an, ja, dann macht die Ohren zu, schlafft und kümmert dich um dich selber. Halt, beleidigst du dich über den Spiegel an, ja, dann machen die Ohren zu, schlafft und kümmert dich. Also seid alle süß und halt du deine Klappe und du deine Klappe. Ich auch. Ich stehe hier und halt meine Klappe und ihr auch. Als würde man das nicht sehen.